Woran erkennen wir, wann es besser ist, ein Ziel aufzugeben? Und wann ist es richtig, trotz aller Rückschläge und Schwierigkeiten konsequent an einem Ziel dran zu bleiben? Da Aufgeben sehr oft mit Scheitern gleichgesetzt wird, gebe ich dir in diesem Video fünf Methoden an die Hand, mit denen du herausfinden kannst, ob du ein Ziel nicht weiterverfolgen solltest. Und du wirst erkennen, warum das eine kluge Entscheidung ist und kein Scheitern. Hallo, ich bin Axel Rittershaus, dein Führungskräfte-Coach hier auf YouTube. Vielleicht hast du mich schon mal gesehen, ich bin Ultramarathonläufer und für mich ist Durchhaltevermögen quasi meine Grundhaltung, meine Grundnatur. Als Ultramarathonläufer, ja, da musst du natürlich durch Zeiten auch durchlaufen, durch Zeiten in einem Rennen durchlaufen, in denen es mal schwierig ist. Und deswegen ist für mich grundsätzlich das Durchhalten etwas extrem Wichtiges. Aber, ob als Ultramarathonläufer oder als Unternehmer oder als Coach, weiß ich auch, es gibt Situationen, in denen es sinnvoll ist, aufzuhören. Weißt du, sinnlose Ziele zu verfolgen, führen zuerst zu Demotivation, Motivation, als nächstes zur Depression und am Ende in einen Burnout. Deswegen ist es so wichtig, auch zu erkennen, wann es besser ist, ein Ziel nicht mehr zu verfolgen. Damit kommen wir zu Kriterien Nummer 1, anhand dessen du entscheiden kannst, ob es sinnvoll ist, dein Ziel weiter zu verfolgen oder nicht. Ist es immer noch dein Ziel? Eine der wichtigsten Motivationsfaktoren, um irgendetwas auch langfristig zu machen, ist, dass es für uns auch wichtig ist. Und es kann durchaus sein, dass wir Ziele verfolgen, dass wir Dinge vorhaben und tun wollen und erreichen wollen. Vielleicht, weil uns andere dazu beeinflusst haben. Vielleicht haben die uns überzeugt, dass das was Gutes wäre. Oder wir haben gedacht, oh, das wollen wir jemandem nachmachen, weil sich das irgendwie ganz gut anfühlt und ganz gut ansieht. Und wenn wir dann auf diesem Weg sind, dann merken wir vielleicht, dass es unwahrscheinlich schwierig ist. Und dann ist es schon sinnvoll, mal zu hinterfragen, ist es eigentlich tatsächlich ein Ziel, das ich erreichen will, das für mich auch wichtig ist. Das kann schon sein, dass wir Ziele verfolgen, von denen wir sagen, naja, ich selber würde mir das nicht raussuchen. Aber wenn ich im Beruf Karriere machen will, muss ich vielleicht auch mal aus meiner Komfortzone raus, meine beispielsweise Fähigkeit zu präsentieren, entwickeln, obwohl ich das nicht mag. Und wenn du dann aber sagst, okay, dein Ziel ist, Karriere zu machen, dein Mittel zum Ziel ist, es präsentieren zu können, auch wenn es schwierig ist, dann bleibst du dran, dann würde es bedeuten, okay, es ist immer noch dein Ziel, also nicht das Kriterium, um zu sagen, ich beende die Verfolgung dieses Ziels, ich gebe an der Stelle auf. Kriterium Nummer zwei, um rauszufinden, ob es sinnvoll ist, ein Ziel nicht weiter zu verfolgen, machst du zumindest minimale Fortschritte. Es gibt Phasen, wenn wir etwas vorhaben, wenn wir etwas verfolgen, etwas tun, bei denen machen wir ganz schnell ganz große Fortschritte. Teilweise ist es so, wenn wir etwas Neues anfangen, machen wir manchmal ganz, ganz schnell ganz große Fortschritte und denken dann, Mensch, das ist super, das ist ja klasse. Und dann kommen wir aber auf so ein Plateau und es wird unwahrscheinlich mühsam. Und an der Stelle geben sehr viele Menschen auf, was denjenigen, die Durchhaltevermögen machen, natürlich in die Karten spielt, denn die wissen, es gibt Phasen, in denen man praktisch nicht viel erreicht, aber da muss man durch, bevor dann wieder die nächste Phase des Wachstums oder das neue Erkenntnis des Gewinnens oder der Fähigkeiten eben auch tatsächlich kommt. Und deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, wenn du in der Phase bist, wo du denkst, Mensch, Mist, das macht doch alles keinen Sinn mehr, ist es zu betrachten, machst du zumindest minimale Fortschritte. Und wenn es nur 0,1 Prozent sind, die du dich dann pro Woche weiterentwickelst, wenn du sagst, ja, dieses kleine, kleine bisschen Fortschritt ist wichtig, später wird es wieder schneller oder mit größeren Schritten weitergehen, dann bleib dran. Wenn du aber über lange Zeit nicht mal minimale Fortschritte machst, dann ist es sinnvoll zu betrachten, ob es noch Sinn macht, dieses Ziel zu verfolgen oder ob du vielleicht zumindest deinen Ansatz, deine Herangehensweise überprüfen müsstest. Und wenn du dann feststellst, es gibt gar keine andere Herangehensweise, es macht einfach keinen Sinn, dann kannst du auch sagen, okay, ich beende dieses Ziel, ich arbeite da nicht mehr länger dran. Kommen wir zu Kriterium Nummer drei. Hast du zwischendurch deine Säge geschärft? Ja, was soll das jetzt bedeuten? Das sage ich dir gleich, wenn dir das Video bislang gefällt, drück doch jetzt auf den Daumen nach oben, Knopf. Es gibt ein Buch von Stephen Covey, das nennt sich Sieben Wege zur Effektivität. Und dort gibt es als einen entscheidenden Weg die Frage, hast du deine Säge zwischendurch geschärft? Und da geht es ganz einfach um die Story, wenn du jemanden, der Bäume fällt, beobachtest und feststellst, dass du mit einer stumpfen Säge unterwegs bist und dem sagst, Mensch, du müsstest mal deine Säge schärfen, dann wird der höchstwahrscheinlich sagen, ich habe keine Zeit, die Säge zu schärfen, ich muss Bäume fällen. Und so geht es uns manchmal, dass wir ein Ziel verfolgen und am Anfang unseren Weg überlegt haben, wie wir dorthin gehen können. Und dann verfolgen wir auch diesen Weg. Und das macht ja auch Sinn. Aber es macht auch Sinn, immer mal wieder zwischendurch zu schauen, jetzt bin ich ja weitergekommen. Ist der Weg, den ich eingeschlagen habe, eigentlich immer noch der beste? Oder tut sich vielleicht ein anderer Weg auf, den ich dann gehen könnte, der mich dann schneller voranbringen könnte? Dieses zwischendurch immer wieder die Säge schärfen ist ein ganz wichtiges Kriterium, das uns dabei hilft, Ziele nachhaltig zu verfolgen, oft auch schneller zu erreichen. Denn gerade wenn wir langfristige Ziele haben, dann kann es gut sein, dass es in der Zwischenzeit vielleicht neue Methoden, Herangehensweisen, Technologien gibt, die uns dabei helfen, dieses Ziel eben noch schneller zu erreichen. Wenn wir aber nicht schauen, was es rechts und links gibt, was es Neues gibt und trotzdem das Ziel noch vor Augen behalten, na ja, dann kann es sein, dass wir mit einer stumpfen Säge versuchen, den nächsten Baum zu fällen, obwohl es viel cleverer wäre, mal festzustellen, Mensch, es gibt mittlerweile Motorsägen. Damit kommen wir zu Kriterium Nummer 4. Was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn du aufgibst? Diese Frage, was ist das Schlimmste, das passieren kann, ist eine meiner Lieblingscoaching-Fragen. Und das gilt auch, wenn wir uns überlegen, macht es Sinn, dieses Ziel noch weiter zu verfolgen oder nicht. Was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn ich nicht weitermache? Vielleicht verlierst du ein bisschen Geld, das du investiert hast. Aber das ist vielleicht immer noch besser, als noch mehr Geld hinterherzuwerfen in ein Fass ohne Boden, bei dem du niemals irgendwas erreichen wirst. Vielleicht ist es auch so, dass du sagst, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass andere sagen, haha, du hast dein Ziel nicht erreicht und das war es dann. Und dir fällt aber eine Riesenlast von der Schulter. Vielleicht passiert aber auch tatsächlich etwas Schlimmes. Es gibt ja diesen Spruch, wenn du durch die Hölle gehst, dann geh weiter und bleib nicht stehen. Und das kann eben auch sein, dass es vielleicht jetzt im Moment wirklich schlimm wäre, wenn wir aufgeben und aufhören würden. Gerade wenn wir durch privat sehr schwierige Phasen durchgehen. Da kann es manchmal nur nach dem Motto gehen, Augen zu und durch. Irgendwann kommt man da hinten wieder raus und dann kann man sich wieder über neue Dinge Gedanken machen. Manchmal müssen wir einfach durch. Aber diese Frage, was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn ich aufgebe, wenn ich aufhöre, führt manchmal auch dazu, eigentlich sogar relativ häufig dazu, dass Menschen sagen, zuerst hätte ich gedacht, oh, das ist was ganz Schlimmes, wenn ich aufgebe. Aber in Wirklichkeit passiert gar nicht so viel Schlimmes und ich kann dann die Energie, die ich da jetzt vergeude, in was Sinnvolles investieren. Und damit investieren wir in das fünfte Kriterium, nämlich mache eine Pause. Wenn wir nicht weiterkommen, wenn wir uns unsicher sind, ob es sinnvoll ist, ein Ziel weiter zu verfolgen, macht es manchmal einfach den meisten Sinn, mal Pause zu machen. Wenn wir viel zu schnell, viel zu lang, viel zu intensiv uns auch in den Burnout reinrennen und dadurch keinen Spaß mehr an dem haben, was wir eigentlich erreichen wollen. Wenn es passiert ganz oft, dass wir dann deprimiert und demotiviert sind und deswegen aufgeben wollen, weil wir uns einfach in einen Burnout reingearbeitet haben, dann ist es wichtig, sowas zu vermeiden, zu sagen, okay, jetzt mache ich einfach mal eine Pause für ein paar Stunden, ein paar Tage, vielleicht auch Wochen und mache dann ausgeruht mit einem frischen Kopf wieder weiter. Und vielleicht stelle ich dann noch fest, Mensch, so schlimm war das gar nicht, ich hatte gerade einfach so eine kleine Depri-Phase, die ist wieder rum, jetzt kann ich wieder weitermachen, jetzt habe ich wieder Lust drauf. Aber gerade, wenn du dich mit Burnout auseinandersetzt und beschäftigst, dann wirst du feststellen, der Burnout wird eben sehr, sehr oft dadurch dann auch angekündigt, dass wir demotiviert sind, etwas zu tun, was uns eigentlich wahnsinnig viel Spaß macht. Deswegen, damit du nicht ein Ziel aus den Augen verlierst und aufgibst, das eigentlich weiterhin dein Ziel sein sollte, aber du hast einfach einen Burnout, mach eine Pause. Übrigens gibt es sehr viele erfolgreiche Menschen, die deswegen erfolgreich geworden sind, weil sie ein Ziel, ihren Traum nicht erreichen konnten und sich neu ausgerichtet haben. Weißt du, sinnlos wie die Lemminge in den Abgrund zu rennen ist nicht intelligent. Ein Ziel nicht weiter zu verfolgen ist kein Scheitern. Wenn dir das Video gefällt, dann abonnier doch bitte den Kanal, gib dem Video einen Daumen nach oben und schau dir diese beiden Videos an, die ich für dich rausgesucht habe und denk immer dran, Glück sei ein Talent.